Wie schafft man es in wenigen Jahren zu einer der schnellst wachsenden Marketingagenturen in ganz Europa zu werden? Hört sich ein bisschen verrückt an, aber genau das hat Moritz Lambrecht mit seiner Agentur Ad Specialist hinbekommen. Und ich freue mich, ihn ins Interview bekommen zu haben, um ihn natürlich zu fragen und zu diskutieren, wie haben sie es geschafft, in so einen umkämpften Markt reinzukommen, im Ecom Agentur Markt, wie sieht die Zusammenarbeit mit ihnen konkret aus und vor allem, was tun sie für ihre Kunden. Wir diskutieren coole Marketingkanäle, wie zum Beispiel Influencer-Marketing auf YouTube, auf Twitch. Wir reden über Post-Mailings und weitere Marketingkanäle, von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast. Das Interview hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wenn du mit deinem Unternehmen in den nächsten Jahren rasant wachsen willst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen. Wir springen direkt in das Interview rein und ich freue mich, heute Moritz begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer ganz anderen Frage, Moritz, als das klassische, so wer bist du, was machst du. Wir kommen mal von der Business-Seite. Was mich als erstes interessieren würde, ist, wer sind die Kunden, die ihr sozusagen betreut bei euch in der Agentur und vor allem, mit welchen Problemen kommen die zu euch. Weil da fängt ja aus meiner Sicht jedes gute Geschäftsmodell an, dass man ein großes Problem im Markt löst. Und vielleicht fangen wir heute mal im Interview genau damit an und kommen dann darauf, was ihr hinten raus für die Kunden tut. Sehr, sehr gerne. Robert, freut mich erstmal hier sein zu können. Danke für die Einladung. Ich habe Bock auf den Talk, ein bisschen was zu uns zu erzählen. Genau. Mit was für Kunden arbeiten wir und mit was für Problemen kommen die zu uns? Generell kriegt man, glaube ich, einen sehr schönen Einblick über die Kunden, mit denen wir arbeiten, auf unserer Webseite. Einige sehr große davon, mit denen wir NDAs haben, die wir auch schon länger betreuen, dürfen wir natürlich aus Marketingzwecken jetzt nicht ausschlachten. Das finde ich nicht so nice. Aber um ein paar zu nennen, wir arbeiten mit Enpal, das größte Greentech-Unicorn im Bereich Solar. Wir arbeiten mit Foodbrands. Wir arbeiten mit, oder haben in der Vergangenheit viel mit Schlafmarken gearbeitet. E-Com-Brands wie Magic Holz, Oatsum, Donkane, Eismann. Ja, viele, viele große D2C-Brands, die im Bereich Push-Marketing sehr aktiv sind. Und was haben die Brands für Probleme? Um das mal so zum Reißen. Viele wollen natürlich weiter stark wachsen, profitabel wachsen und stoßen einfach in bestehenden Kanälen und Zielgruppen an Grenzen. Und unser Business Case ist ja stark darauf ausgerichtet, frische Wachstumskanäle für genau solche Marken, in deren Marketing-Mix zu integrieren, abseits von Meta, Google und anderen Performance-Kanälen. Und da sind wir, glaube ich, sehr unik aufgestellt, was unsere Werkzeuge angeht, nämlich die Marketing-Channel, auf die wir zurückgreifen. Und genau, das ist dann immer sehr individuell abhängig von den Zielen des Kunden, die erreicht werden müssen, von der Zielgruppe, die erreicht werden muss. Und da gehen wir dann sehr datengetrieben und analytisch vor und schauen, was sind die nächsten Wachstumshebel für solche Brands, um weiteres Wachstum zu generieren. Hört sich sehr cool an. Für mich im Kopf sozusagen ist gleich so das Bild entstanden, irgendwie so ein bisschen, dass ihr die Long-Tail-Marketing-Kanäle sozusagen bedient, dass sozusagen das vorne, was ist denn das, der Short-Tail wahrscheinlich so, Meta und Instagram-Ads und sowas alles, irgendwie alle sich drauf stürzen und Google-Ads. Aber das hinten ist ja viele sozusagen Marketing-Kanäle gibt, die wahrscheinlich keiner so im Blick hat, weil wahrscheinlich keine Erfahrung, Performance vielleicht auch schwieriger zu tracken ist. Kannst du ein paar nennen, was so vielleicht eure Top-3-Channels sind, die ihr bei Kunden gerne umsetzt? Ja, also die Kanäle, die du gerade angesprochen hast, sei es jetzt Affiliate-Marketing, Display, Paid Social, Google, das sind natürlich erstmal die lahnliegendsten Kanäle, mit denen man als Brand am Anfang stark und auch effizient und profitabel wachsen kann, weil man dort einfach in der Lage ist, naja, einfach zu skalieren über ein Ad-Account und erstmal Low-Hanging-Influence ernten kann. Damit schaffen es die meisten eigentlich so auf, sag ich mal, 5 bis 10 Millionen Euro Umsatz und danach merken sie halt, okay, sie können eigentlich in den Kanälen ihr Budget nicht weiter skalieren, zumindest nicht weiter die Profitabilität nicht halten und genau, dann fangen sie dann an zu überlegen, okay, was sind denn die nächsten Schritte? Meistens ist das dann Influencer-Marketing, klar für E-Com-Brands, da wäre unser Top-Channel aktuell YouTube-Influencer-Marketing, den wir bespielen, wo wir sehr, sehr starke Ergebnisse sehen, aber auch Twitch zum Beispiel, gerade für Brands, die eine sehr männliche Zielgruppe haben und ansonsten gerne bei uns verankert im Marketing-Mix ist nach wie vor offline, weil gerade die ganzen großen und wachstumsstarken Brands, die ich vorhin einmal grob angeteasert habe, die man bei uns nochmal auschecken kann auf der Seite, sind sehr, sehr stark unterwegs im Bereich Offline-Marketing. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel Paketbeilagen, das sind diese ganzen Gift-Cards, Gutschein-Flyer, die man so in Paketen von About You, Flaconi, HelloFresh und so weiter sieht, die produzieren wir und verteilen die dann über die Pakete, aber auch Print-Mailings, Print-Mailings nicht nur zur Bestandskunden-Reaktivierung, wo die in der Lage sind, natürlich super starke Performance neben E-Mail zu liefern, sondern auch in der Customer Acquisition sehen wir, dass wir dort starke CPLs oder starke CACs erreichen können für Brands, die halt dort einen guten Fit haben, weil wir können halt mit der Deutschen Post zum Beispiel wirklich auf ein bis zwei Familienhausquote gehen, wir können auf kaufkräftige Families gehen, außerhalb der Cities oder urban targeten, das heißt, wir haben ultra viele Targeting-Möglichkeiten auch über die Post, ist ein sehr teures Medium, das heißt, da muss man sich auskennen, aber kann sehr, sehr vielversprechend sein. Spannend, ich freue mich voll auf das Interview, ich habe bald das Gefühl, das sind so die geheimen Marketing-Kanäle, über die niemand redet oder so. Ich glaube, das wird ja auch bei dir der Fall sein, als du in den Online-Space dann gekommen bist und vielleicht auch sowas mit LinkedIn und Podcast und so gestartet hast, kriegt man ja auch ein Stellengefühl, wo der Markt so steht und ich habe das Gefühl, es gibt einfach unendlich Facebook-Ads-Agenturen, dann wahrscheinlich unendlich Google-Agenturen und auch so Affiliate-Marketing und wahrscheinlich auch so ein bisschen im Mix drin, aber jetzt über die Channels, die du geredet hast, habe ich noch nie gehört, also nicht, dass ich tief in der Szene drin wäre, aber so spannend auch, das sozusagen mal zu hören. Ich würde mir gerne mal einfach mal so einen Channel irgendwie rauspicken, weil du hast YouTube und Twitch sozusagen erzählt und es sind natürlich, keine Ahnung, zwei Plattformen, bei denen ich auch gerne mal vorbeikomme und tigere und da ist ja immer sozusagen, ich glaube auch, wenn man, keine Ahnung, Marketing-Verantwortlicher ist, auf der E-Com-Seite immer so, wie sieht es aus mit irgendwie Performance, wie kann man es messen, was müssen wir ausgeben, wie geht man an so eine Kampagne ran, kannst du da ein bisschen Licht reinbringen, wie sowas irgendwie geht, sind die dann schon so aware, okay, jetzt geht es ein bisschen mehr um Brand-Building als um wirklich harte Fakten oder wird man dann trotzdem am Ende bezahlt für eine gewisse Performance an Verkäufen oder wie läuft sowas ab? Absolut, also das Wort Branding kannst du mal direkt aus deinem Kopf streichen, das findet uns quasi nicht statt. Das will ich auch bei mir nicht im Podcast haben, das Wort, ja. Also Branding in Bezug auf andere Themen, ja, aber in Bezug auf, sage ich mal, profitabende Neukundengewinnung, da geht Branding natürlich mit einher, weil eine Brand wird auf eine gewisse Art und Weise inszeniert, authentisch und irgendwie nahbar, aber wir denken, wenn wir Geld ausgeben, nicht in Branding. Das wäre Upper Funnel sehr sympathisch, Moritz, gleich Pluspunkte hier gesammelt, ja. Wir denken nicht im Upper Funnel, sondern wirklich dann im Lower Funnel, wenn es um die Conversions geht. Die wollen wir messbar reinholen für das Geld, was wir ausgeben und das läuft im Prinzip so ab, dass wir uns jetzt mal für YouTube oder Twitch dann Creator raussuchen, die perfekt zur Brand passen, die zur Zielgruppe gut passen, die vor allen Dingen in Bezug vielleicht auch zu den Produkten haben, Bock haben, das irgendwie authentisch bei sich zu integrieren und dann gehen wir einfach knallhart nach den KPI vor, sprich, was muss der Kunde für ein Ziel erreichen, sprich, was kann er für einen Neukunden bezahlen oder was will der für einen Umsatz maximal in Return haben für den Euro, den er ausgibt. Dann schauen wir uns an, okay, basierend auf, jetzt wird es fachlich, basierend auf den Conversion Rates, die in den Kanälen möglich sind, also Beispiel, wir gucken uns einen Creator auf YouTube an, der Creator hat 100.000 Average Views auf seine Videos, die wollen von uns haben 7.000 Euro für eine Integration, für ein Placement, dann gucken wir halt, okay, basierend auf unseren Erfahrungswerten, was ist denn überhaupt für eine Conversion Rate, entweder für diesen Creator oder generell auf der Plattform YouTube möglich und rechnen dann quasi datenbasiert aus, schaffen wir es, wenn wir die Kosten haben, die 7.000 Euro und sagen wir mal die 0,2% Conversion Rate, schaffen wir es dann überhaupt, das Ziel des Kunden zu erreichen? Das ist erst mal die erste Frage. Das sind die Hausaufgaben, die wir dann machen. Der zweite Schritt ist, hat der Creator ein authentisches Storytelling, mit dem wir uns da gut präsentieren können, damit die Kampagne später nicht nur erst mal rechnerisch funktioniert, sondern wirklich funktioniert, den Impact hat, den wir brauchen, weil Performance hängt dann natürlich noch mal stark vom Creative, dem Storytelling, der Inszenierung und so weiter ab, auch, sag ich mal, des Placement-Types. Wir haben unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten auf YouTube, sei es jetzt eine Integration von 60 bis 90 Sekunden, das ist tatsächlich das Gängigste, ob das wir setzen, aber wir haben auch die Möglichkeit irgendwie mit Creatern dedizierte Videos umzusetzen, wirklich, wo auf seinem Hauptkanal dann wirklich ein dediziertes Video für eine Brand stattfindet, in Form von einem Vlog oder ähnliches. Genau, und so gehen wir da ran, und so läuft das Ganze ab. Bei Twitch ist es tatsächlich ähnlich, nur dass da die Parameter, die wir uns angucken, natürlich andere sind, das heißt, die Conversion-Rates sind andere, die Views, da gucken wir uns nicht die Views nach dem Livestream an, die KPI gibt es nämlich auch, sondern wir gucken uns wirklich die Concurrent-Live-Viewer an, wie viele Leute gucken zeitgleich den Stream, wie viele Leute erreichen wir, weil da tatsächlich die Konvertierung stattfindet, die konvertieren im Livestream, engagen die, das heißt, das ist auch die Reichweite, die wir zugrunde legen müssen für die Kosten. Dementsprechend, weil die Reichweite der Live-Viewer natürlich sehr gering ist, ist der CPM erstmal abstreckend hoch auf Twitch. Das heißt, stell dir vor, wir haben 5.000 Euro Kosten für einen Werbeblock in einem Livestream. Der Creator hat vielleicht 200.000 Follower, aber hat vielleicht nur 500 Leute oder 1.000 Leute, die zeitgleich den Stream gucken. Dann ist unser CPM bei 5.000 Euro, weil wir die 1.000 Live-Viewer versus die 5.000 Euro Kosten setzen müssen. Das heißt, es rechnet sich erstmal nicht so geil, dann denken wir uns erstmal, okay, boah, scheiße, 5.000 CPM, boah, total abschreckend. Ich habe doch CPMs auf Paid Social von, keine Ahnung, 10 Euro und YouTube von 50 Euro, dann ist die Tour erstmal zu. Die wissen aber nicht, die Leute teilweise, da fehlt sich halt die Erfahrung, dass wir auch Conversion-Rates vom Zehnfachen erreichen können. Das heißt, nicht 0,2%, sondern 2, 3, 4, 5%. Und dann rechnet sich dieser Case wieder. Spannend. Weil ich habe das Gefühl, also aus meiner Wahrnehmung sozusagen, und das wäre spannend, mal deine sozusagen Brille zu hören, dass es irgendwie vor ein paar Jahren im großen Stil auch diesen Influencer-Marketing-Hype gab. Ich habe das Gefühl, so aus dem Bauchgefühl heraus, dass irgendwie die Creator so ein bisschen mehr gewonnen haben vor ein paar Jahren und irgendwie so ein bisschen auf der anderen Seite ein paar ahnungslose Brandmanager teilweise saßen und irgendwie zu viel Geld ausgegeben haben und dann aber irgendwann schlauer geworden sind und so. Ha, man muss doch seine Hausaufgaben machen, dass das funktioniert. So wie du das erzählst, glaube ich, macht ihr jedes Mal eure Hausaufgaben. Nichtsdestotrotz, ja genau, müsst ihr machen. Nichtsdestotrotz würde ich mich ja fragen, ist dadurch immer noch eine Chance, also auch eine große Chance irgendwie als E-Com-Brand irgendwie relativ günstig Conversions zu bekommen oder hat sich das irgendwie ganz gut eingelevelt, dass es wie mit allen anderen Kanälen irgendwie vergleichbare Werte hinbekommt? Naja, es gibt viele Brands, die ja schon für sich erkannt haben, dass Influencer-Marketing ein Riesenhebel ist. Es gibt viele Brands, die auch über Influencer-Only ja stark gewachsen sind, zu Lovebrand geworden sind. Es gibt aber natürlich viele, die sich die Finger schon mal verbrannt haben, irgendwie mit 5.000 bis 10.000 Euro Budget, was denen dann natürlich weh tut. Ja. Da gehen wir aber gerne hin und gucken uns das wirklich im Detail an. Was wurde gemacht? Wie sahen die Briefings aus? Wie sah der Content aus? Wie sahen die Kostenstrukturen aus und so weiter? Was würdest du sagen, sind da so die größten Fehler, wenn das in die Hose gegangen ist? Vielleicht auch für E-Com-Brands und drüber nachdenken, das zu machen? Ja, aus meiner Sicht tatsächlich, dass man sich zu nischig, also man testet zu klein und fokussiert sich weniger auf irgendwie engagementstarke Communities als auf zu krass passende Influencer. Also Beispiel, ich habe eine Rasurbrand und ich möchte den bärtigen Mann haben, aber auch nicht zu viel dafür zu bezahlen und eine riesige Streuung zu haben. Also suche ich mir kleine Creator raus, die mich 300, 400 Euro kosten, davon 4, 5, 6 und wirklich sehr nischig drin. Und was passiert dann? Dann habe ich halt nicht den Hebel, sage ich mal, in den Conversions. Und vielleicht habe ich auch einen höheren CPM, weil die Kosten in Relation zu dem kleinen Influencer und der Reichweite natürlich höher sind, als wenn ich jetzt für 40, 50 TKP auf YouTube irgendwie jemanden buche, der 2.500 Euro kostet, wo wir auch wissen, der hat eine starke Community, da können wir Brand XYZ reinsetzen, der performt immer als Beispiel. Also ich glaube, da sind die Fehler, dass man sehr vorsichtig vorgeht, sehr granular vorgeht. Und da würde ich tatsächlich eher empfehlen, versuchen, gar kein Geld für granulares Testing im Influencer-Marketing-Bereich auszugeben, sondern wirklich dann auf Barta-Basis sich Kooperationen zu suchen, Affiliate-Basis, die irgendwie mit zu beteiligen am Umsatz. Da kannst du dann so viel machen, wie du willst. Aber der Workload intern, um das zu stemmen und zu skalieren, für das, was du dabei rauskommst, ist halt wirklich total ugly. Deswegen auch nicht unser Business Case, weil können wir Workload-seitig gar nicht abbilden. Müsste man sich dann intern als Brand schon wirklich krass aufstellen. Ja, dass man diese kleinen sozusagen, wie gab es nicht den Trend so von Mikro-Influencern oder so, dass man das irgendwie dann macht, sondern dass ihr euch schon die Größeren schnappt, wo man einen größeren Hebel dann auch am Ende hat. Ja. Wir brauchen natürlich den Proof am Anfang, sprich, was für Kategorien, Kanäle, Influencer funktionieren. Das machen wir meistens zwei, drei Monate. Wenn wir den aber haben, dann wollen wir ja scale. Dann wollen wir profitablen scale, dann wollen wir die Brand nach vorne bringen. Und das schaffen wir nur mit Conversion-Treibern. Und die brauchen eine gewisse Reichweite. Und die kosten ein bisschen Geld. Damit meine ich jetzt nicht 10, 20K. Das ist dann schon Top-Level, ja, Influencer. Aber die kosten dann halt irgendwie mal 3K, mal 5K, mal 4K, mal 6K. So, aber da schräuben sich viele schon und haben vielleicht Angst, da irgendwie Geld zu verbrennen. Aber meistens liegen da halt genau diese Wachstumshebel. Ja, das ist wirklich spannend, weil dann geht es ja am Ende darum, was weiß ich. Ich bin ein E-Commerce-Brand, mach 5 bis 10 Millionen. Bestenfalls sozusagen ist die Zusammenarbeit mit euch dann der Schritt auf, keine Ahnung, 10 bis 15 Millionen, 15 bis 20 Millionen wahrscheinlich, oder? Richtig. Die meisten aimen dann irgendwie 20, 30, 50 Millionen anzuvisieren, also auch weiter stark zu wachsen. Die haben dann meistens auch die Substanz, um eben solche Testings zu machen. Die wissen auch, die müssen jetzt testen, weil sie haben halt keine, wenn sie jetzt, es kostet Risiken, irgendwie Chancen zu heben. Und dessen sind sie sich bewusst. Und ja, darauf haben die dann halt Bock, weil sie wollen ja, dass die Skalierung haben. Stimmt, das ist so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl so, ja, bei Facebook hast du relativ viel Sicherheit, dass es funktioniert. Keine Ahnung, da passiert halt nichts Magisches, wenn man irgendwie über Jahre irgendwie seinen Ad-Spend erhöht hat und weiß, wie die Spielregeln ist. Jetzt ist es ja schon so ein bisschen, seine Poker-Chips auf Sachen zu setzen, wo man am Ende noch nicht ganz genau weiß, wie es ausgeht. Das, was du erzählt hast, ist natürlich schon mal viel Sicherheit, dass ihr Erfahrungswert habt und dass ihr natürlich auch die Sachen ausrechnet etc. Aber es ist natürlich ein bisschen mehr ein Gamble wahrscheinlich, dass man mehr, in Anführungszeichen, Risiko hat, aber auch auf der anderen Zeit wahrscheinlich einen größeren Hebel hat, wenn man es richtig macht. Ja, es kommt darauf an, Risiko würde ich es jetzt nicht nennen. Ich glaube, wenn du die Erfahrungswerte hast, dann ist das Risiko relativ überschaubar. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist das absolut Wichtigste, also dass du dich in den Kanälen auskennst, aus Performance-Sicht und weißt, was ist da möglich, dass du dann auch weißt, was sind gute Performer in den einzelnen Zielgruppen oder auch in den Brand-Kategorien, also ob ich jetzt eine Müsli-Brand habe oder eine Fashion- oder eine Food-Brand, das muss ich halt wissen, wie die performen und wo die gut performen, um da Vergleiche ziehen zu können. Erfahrungswerte sind immer key und sichern dir Wettbewerbsvorteile, weil du natürlich damit dir ein paar miese Erfahrungswerte sparst. Aber pokern würde ich es tatsächlich nicht nennen. Also es sei denn, als Brand geht man jetzt komplett unerfahren in den Channel rein, dann testet man aber auch sehr granular, also dann wäre das die klare Empfehlung. Natürlich jetzt nicht, sich irgendwas verkaufen zu lassen von einem Management oder so für viel Geld, weil da kann man natürlich schon auf die Schnauze fallen, sondern da wirklich sehr, sehr klein und granular einfach sich vorantasten, zu gucken, was funktioniert für mich und Stück für Stück drauf aufbauen. Ist aber halt ein langwieriger Prozess und wir kennen es in E-Com, die Branche ist sehr schnelllebig, Brands, die schon ein gewisses Wachstum erzielt haben, wollen weiter schnell wachsen und ja, die haben meistens keinen Bock, dann irgendwie sechs Monate da rumzupimmeln und dann irgendwie anzufangen mit 5000 Euro, die sagen halt, okay, wir spenden aktuell 100k auf Meta und Google, so, mehr kann ich nicht, ich möchte aber gerne einen Channel haben oder zwei Channel, mit denen ich ebenfalls 100k spenden kann. So und, ne, um da hinzukommen, um diese 100k profitabel ausgeben zu können, ja, müssen wir idealerweise schnell den Proof haben, wie es geht. Und dafür müssen wir halt das so aufbauen, mit Geschwindigkeit. Ja, das ist super spannend, ja. Also das heißt, das wird wahrscheinlich auch die Ausgangssituation sein bei den Kunden, dass sie irgendwie ein Media Buying Team haben oder eine Agentur haben, wahrscheinlich für Meta etc. Komplementär sozusagen Media Buyer, ne, das heißt, die sagen, hey, wir wollen gerne in einem anderen Kanal nochmal 100.000 ausgeben, ne, und vielleicht noch einen Kanal. so Influencer-Marketing, YouTube, Twitch haben wir gerade gemacht. Was mich natürlich interessiert, ist nochmal der Offline- und der Briefkastenpartner. Moritz, gibt es da eine Renaissance der Beileger oder wie, was tut sich da? Was sind da so die Cases? Das würde mich voll interessieren. Ja, es sind schon lange starke Push-Marketing-Kanäle, nur halt im E-Com wirklich irgendwie voll verpönt. Jeder guckt nur auf Online und vergisst eigentlich recht so nichts, was da noch für Potenzial ist. Podcast, Podcast-Marketing aus Customer-Acquisition-Sicht ist auch super spannend. Ist allerdings auch ein Hype gewesen, der so um die Corona-Zeit 2021, 2022, wo viele richtig krass gepusht haben, wirklich mit Millionen-Budgets und dort krasse Erfolge hatten. Um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, wir bezeichnen uns ja selber als Speedboat eigentlich. Das heißt, ja, genau für Paid Social haben die, haben Kunden dann meistens intern entweder eine Agency natürlich, die diese ganzen Positionen vereint, Media Buyer, Creative Strategist und so weiter. Oder sie bauen sich halt in-house auf, was auch wiederum, finde ich, total Sinn macht, weil irgendwann weißt du halt, okay, was ist mein Sweet Spot in dem Budget, was ich ausgeben kann, profitabel. Und dann kannst du halt theoretisch nachdenken, okay, was sind die Kosten für eine Agentur und das irgendwie vielleicht mal challengen. Bei uns ist es halt so, wir bedienen Kanäle, von denen die meisten keine Ahnung haben, von denen die meisten nicht mal wissen, dass sie existieren und wo es sehr, sehr lange brauchen würde, um diese Erfahrungswerte aus tausenden Kampagnen, wie wir die haben, mit wachstumstarken Brands, die irgendwie nachzubauen, weil am Ende geht es genau darum, um die Erfahrungswerte. Und genau, so kommen wir dann ins Spiel und bringen als agiles Speedboat da für die Wachstum rein. Und um auf Offline einzugehen, wie gesagt, das sind Kanäle, die sind schon sehr, sehr lange integriert bei vielen großen E-Com Brands. Auch da super starke Ergebnisse möglich, also Conversion Rates von bis zu 0,5 Prozent erreichbar. Was dort super spannend ist, eigentlich jede E-Com Brand, die Pakete rausschickt, also eigentlich jede, die müsste Paketbeilagen für sich integrieren in Form von Barter-Deals, weil die können, du musst dir vorstellen, Fashion Brand versendet 10.000 Pakete im Monat. Diese 10.000 Pakete können sie theoretisch tauschen mit einer anderen Brand, die Paketbeilagen macht. Das heißt, sie packen 10.000 Flyer in ihre eigenen Pakete und die andere Brand, mit der sie dann den Tausch machen, packt 10.000 Pakete bei sich rein. Was passiert? Was? Du hast eigentlich nur die Druckkosten, ja, und vielleicht, wenn eine Agentur das regelt, hast du vielleicht noch eine kleine Management-Fee für eine Agentur, aber du hast keine laufenden Media und Kosten und somit hast du da einen großen Hebel, den du dir sparst. Das heißt, eigentlich kaufst du höchst profitabel bei der anderen Brand, wenn du dort ein Match hast, Neukunden ein. und deswegen ist es so ein kranker No-Brainer eigentlich für die meisten Brands, dass ihr eigenes Potenzial, ihr eigenes Paketpotenzial allein schon zu monetarisieren. Einzige Krux, die vielleicht einige haben, ist, dass sie halt teure Fulfillment-Anbieter haben, aber auch mit denen kann man reden, weil die natürlich für jeden Pick im Lager, für jede Beilage dann irgendwie Geld wollen, aber das kann man verhandeln, wenn man denen aus sich stellt, hey, wir machen jetzt nicht 10.000 im Jahr, sondern wir machen 100.000 und wir packen nicht nur einen ins Paket, sondern drei. Das heißt, wir liefern dir 300.000 Flyer demnächst an, regelmäßig und machen uns einen guten Deal. Oder wir packen alles in den Ingelob. Spendend, ey. Ja, könnte man lange überreden. Das ist ja voll so ein kleiner, ich wollte gerade sagen, das ist ja so ein richtig schneller Quick-Win irgendwie, wo man sich auch mit anderen Brands, die irgendwie komplementär sind, relativ zügig die Kunden gegenseitig zuschieben kann, ohne wirklich signifikante Kosten zu haben. Genau so kannst du es den Kunden hin und her schieben, wenn es ein gutes Match ist. Und vor allen Dingen kannst du damit dann den Proof generieren, dass der Kanal oder gewisse Online-Shop-Kategorien für dich funktionieren. Und dann kannst du es wieder rechnen in Form von Paid. Weil dann kannst du dir überlegen, okay, was kostet es denn jetzt, wenn ich mich bei About You einbuche, wenn ich vorher schon mit anderen Fashion-Anbietern gute Ergebnisse gesammelt habe. So, dann kannst du es durchrechnen. Dann kennst du die Conversion-Rates, kennst die Preise, kennst dein Druckprodukt und dann weißt du, okay, wie krass kann ich das jetzt skalieren, diesen Kanal? Crazy. Ja, voll spannend, das mal zu hören, weil wie du selbst gesagt hast, das sind alles so Kanäle, glaube ich, wo keine Ahnung hat, sich keiner mit beschäftigen würde, weil es irgendwie, keine Ahnung, nicht on Vogue ist oder vielleicht auch nicht so einfach ist. Wie sieht es mit TV aus, Moritz? Habt ihr das auch im Portfolio oder was? Starten wir tatsächlich mit, war immer eine logische Ergänzung für uns, wir siedeln TV im Offline-Marketing an, das heißt bei Podcasts, weil auch Podcasts eine Offline-Nutzungssituation haben, da bin ich meistens nicht irgendwie am Handy oder so oder am PC. Genau. Ja, ist natürlich aus Direct-Response-Sicht sehr schwer zu messen, also kein klassisches Performance-Tool, aber es gibt Brands zum Beispiel, jetzt einen neuen Kunden, den wir begonnen haben, das ist einen neuen Kunden, den wir gewonnen haben, tatsächlich überlinkt, Robert, da würdest du schwärmen und das ausschlachten wie sonst was. Das ist nämlich tatsächlich letztes Jahr, ist tatsächlich letztes Jahr eine Brand in meine DMs geslidet und hat gesagt, hey Moritz, wir suchen eine Media-Agentur, also genau so ein Case, wie wir ihn sind und wir haben 1,3 Millionen Euro Budget, habt ihr Bock zu pitchen? Musik in meinen Ohren, Moritz. Ich habe gesagt, Baby, yes, natürlich haben wir Bock zu pitchen, da waren irgendwie andere große Media-Agenturen noch mit involviert, die Nachricht kam, glaube ich, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten und ich wusste, okay, fuck, die Brand ist richtig geil, werden wir auch auf jeden Fall noch was zu bringen, aber kann ich jetzt noch nichts zu sagen und ich wusste, ich muss 30 Seiten Pitch wahrscheinlich machen für das Budget, wirklich Strategie, alles über Weihnachten, Neujahr und ich habe das gemacht, ich bin da richtig aufgegangen und wir haben am Ende diesen Pitch gewonnen und haben dann noch neben dem Dachmarkt haben wir dann noch Benelux dazu bekommen, Belgien, Niederlande und es ist ein richtig schönes Budget für uns geworden, richtig schöner Case und da integrieren wir gerade Budget, sorry, da integrieren wir gerade TV, weil genau da die Zielrichtung ist, nicht knallhart auf Conversions zu gehen, sondern es ist eine Brand, die in Deutschland Awareness erstmal generieren möchte, Bekanntheitsgrad steigern möchte, wo wir ein bisschen im Upper Funnel starten und dann uns über den Mid-Funnel in Richtung Lower Funnel zu den Conversions entlanghangeln, das heißt es wird ein großer Media-Mix sein aus TV, Podcasts, Offline-Marketing, Influencer-Marketing, das ist ja dann genau eigentlich der Case, auf dem wir spezialisiert sind, zu schauen, okay, du hast Budget X, du hast übergeordnetes Ziel Y, wie, welche Marketingkanäle setzen wir am besten ein, um das alles miteinander zu vereinen und den bestmöglichen Impact zu erzielen und dann halt in kurzer Zeit mit viel Geschwindigkeit und ja, so, also TV, ja. Hey, das ist auch crazy, da müssen wir gleich im Anschluss sozusagen drauf kommen, aber du musst mich als Laien, als E-Commerce-Laien nochmal abholen, ne? Vielleicht ist der Case mit den 1,3 Millionen jetzt ganz gut zu sagen, hey Moritz, hier sind irgendwie 1,3 Millionen, macht mal das Beste draus auf den richtigen Kanälen, ne? Worauf optimiert man denn im E-Commerce eigentlich, sagt man, also versucht man in der ersten Transaktion Break-Even zu gehen oder ist es dann, auf was rechnet man denn eigentlich das Ganze? Na, kommt auf die Brand an, würde ich sagen, also kommt auf die Marge im Produkt von der Brand an. Es gibt Leute, die sind First Pitches. Was sieht man denn da für einen Spielraum irgendwie? Ganz, also, sehr schwer zu pauschalisieren, aber es gibt Brands, die sind First Pitches profitable, es gibt Brands, die sind nach dem zweiten oder dritten Kauf profitabel, gucken sich das entsprechend an, es gibt Brands, die haben eine richtig lange Customer Lifetime Journey von 60 bis 90 Tagen, das heißt, der Kunde, wenn er heute aktiviert wurde und dann nochmal vielleicht einen Touchpoint hatte, konvertiert er vielleicht erst nach zwei, drei Monaten, da ist dann dieses Thema, auch wie bei TV, dieses Thema Attribution super relevant, wem gebe ich am Ende den Last Click und die Conversion, welchem Kanal wird er zugeordnet, das ist ein riesen Challenge meistens, also für super viele, gibt es natürlich Tools und Co. wofür, aber, ja, das ist dann eine Betrachtungsweise, die man sich anschaut, gibt aber viele Brands, die auf dem ersten Kauf profitabel sein müssen und wir betreuen auch sehr viele, die auf dem ersten Kauf profitabel sein müssen und sind, ja, die haben halt dann super krasse Zielvorgaben, also, alles unter 20 Euro für Neukunden ist da meistens okay, teilweise auch 10 Euro, wenn es drüber ist, über 20, 30, dann ist die Skalierbarkeit schon nicht mehr ganz so geil, also nicht mehr ganz so gegeben für die. Okay, voll spannend, ja, weil wirklich, da muss man ja wirklich ein gutes, also gute Erfahrungswerte auch über die Jahre aufbauen, ein gutes Gefühl für die Brand bekommen, was funktioniert und was nicht, aber das ist ja wirklich im E-Com-Bereich ja ein toughes Spiel, dass man innerhalb von, ja, Tagen wahrscheinlich sieht, ob was funktioniert oder nicht, ne, und spricht ja auch für euch, dass ihr dann solche Pitches mit solchen Budgets sozusagen gewinnt. Und Moritz, das würde mich so interessieren, wenn man jetzt so dein Case und auch mit Ad Specialist sozusagen hört, was ihr da aufgebaut habt als Agentur, ist es so gefühlt, die perfekte Position, um in den Markt zu kommen und sehr schnell zu wachsen, ne, und vielleicht kannst du noch ein paar Worte auch dazu verlieren, dass ihr sozusagen sehr schnell gewachsen seid, ne, und auch zu irgendwie den schnellstwachsenden Marketingagenturen gehört. Was mich interessiert ist, wie seid ihr gestartet, ne, und wie ist es zu dem Skillset vielleicht auch gekommen, ne, was jetzt irgendwie so eigentlich perfekt aussieht als Ergänzung zu dem bestehenden Markt, ne. Ja, ja, es sieht tatsächlich jetzt perfekt aus und genau, das ist auch, auch das, wie wir es betrachten, unsere Marktpositionierung und unser Standing für eigentlich den Need, den gerade E-Com hat und das, was wir als Business Case haben für diese Brands, ist prädestiniert dafür, dass wir da reindonnern wie sonst was mit Marketing, Personal Branding und so weiter und genau das, das machen wir jetzt seit, by the way, seit, keine Ahnung, sieben Monaten, acht Monaten, haben da schon krasse Ergebnisse, viele Kunden gewonnen, wir machen keinen einzigen Sales, die Leute kommen auf uns zu und wir beraten und zeigen Wachstumsmöglichkeiten auf und kommen dann mit denen ins Gespräch, also es ist einfach, wie es schon immer war bei uns, weil wir sind von Anfang an eigentlich nur über Empfehlungen gewachsen, von Brand zu Brand über die Ergebnisse, die wir geliefert haben und dem bleiben wir uns treu, deswegen machen wir auch kein Paid Ads für uns oder sonstiges, sondern wirklich nur Content Marketing und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind gestartet, ganz klein, Bodo und ich, 2.19, kurz vor Covid, in Königswinter mit einem Gutscheinheft, einfach ein Printprodukt, was über, mit 16 Seiten Vouchern über Magazine von 50, 60 Plus Zielgruppen verteilt wurde, also völlig crazy und wir hatten vorher schon den Print Background jahrelang und haben da gesehen, dass wir mit so einem Produkt theoretisch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen können, Geld verdienen können, und es hat faktisch funktioniert und haben uns dann weiter natürlich auf Print fokussiert, Paketbeilagen hatten aus der Historie, dann Kontakt zu so großen Brands und haben die dann weiter betreut und ja, dann kam Covid-2020, wir haben erstmal sehr dumm aus der Wäsche geguckt und ja, haben uns dann überlegt, es war uns schon immer klar, vorher tatsächlich, nach der Uni bei dem Arbeitgeber, wo wir gearbeitet haben, dass wir einen Kunden vollumfänglicher betreuen wollen als nur Print. Wir wollten immer irgendwie über den Tellerrand hinaus schauen, den Kunden eher in der Tiefe betreuen, anstatt irgendwie 30, 40 Brands zu betreuen und das haben wir dann aufgebaut, also mir ging es dabei primär darum, wer weiß, wie lange es Offline noch gibt, wer weiß, wie lange Offline noch gut performt, wir wollen unseren Business Case einfach diversifizieren, so gut wie möglich vier, fünf Säulen haben, mit denen wir Umsatz machen können und da kam halt dazu, okay, habe ich mich sehr stark damit befasst, was für Growth-Marketing-Kanäle gibt es, welche eignen sich wirklich, um profitables Wachstum zu generieren und habe die Stück für Stück aufgebaut, teilweise dann auch für die Kunden, mit den Kunden gemeinsam, diese ganzen Erfahrungswerte gesammelt und Stück für Stück kamen die dann immer weiter hinzu und wir haben dann die fünf, sechs, sieben Kunden, mit denen wir viel Umsatz gemacht haben, nicht nur in DACH, sondern auch in anderen Märkten und in unterschiedlichen Marketing-Kanälen, ja, haben wir das halt überall dann angefangen zu integrieren und sind mit jedem Kunden eigentlich von, jetzt mal Beispiel 50.000 Spend, dann auf 500, 1 Million, 2 Millionen bewachsen und haben somit mit relativ wenigen Kunden viel Umsatz generieren können. Genau. Das war der Business Case, wie wir ihn für uns aufgebaut haben und wie wir ihn heute auch noch machen, weil wir haben nicht die 50, 60 Econ-Brands, deswegen sind wir auch von der Teamstruktur her relativ klein, unter 10 Leute, sondern uns geht es wirklich darum, lieber den perfekten Case für uns zu haben, aber den dann richtig nach vorne zu bringen und zu skalieren. Ja, also das heißt so eine Art Boutique-Ansatz, also lieber eine kleine Anzahl von Kunden und das aber richtig gut machen, statt irgendwie 50 Brands und alles. Hey, super spannend. Und das hat am Ende sozusagen dann zu über 14 Millionen Euro Umsatz sozusagen geführt und du hast sozusagen aber gesagt, dass da das Mediabudget eurer Kunden sozusagen mit drin ist, richtig? Genau. Also 14 Millionen Umsatz haben wir letztes Jahr knapp gemacht. Ja. Wir waren jetzt auch dieses Jahr beim FT1000 dabei von Financial Times und Statista. Da mussten wir tatsächlich die letzten vier Jahre Bilanzen offenlegen unseres Wachstums und da gucken die sich Umsätze an, natürlich auch Gewinne, Mitarbeiter, Headcount und so weiter. Und ja, da wurden wir Top 10 von 1000 in ganz Europa gerankt. Krass. Als schnellstwachsendes Unternehmen. Wir wurden Top 1 Marketingagentur in Deutschland gerankt, schnellstwachsende. Und ich glaube, Top 3 in Europa nochmal. Also bevor wir das eingereicht haben, wussten wir das ja selber nicht. Ich hatte das irgendwie letztes Jahr oder so mal gesehen und dachte mir, ey, da will ich irgendwie gucken, ob wir da zugelassen werden und uns überhaupt da irgendwie mit bewerben können und will wissen, wie wir ranken. Ja, und da kamen die Nachrichten. Wir dachten so, okay, fuck, was geht? Geil. Krass. Und genau, aber die 14 Millionen in dem Fall sind, ich habe es dir ja vorhin schon mal erklärt, der Kunde gibt uns Geld, wir gehen damit einkaufen, geben das Geld irgendwie dann für die ganzen Maßnahmen aus und dann kommt auch uns so viel mit drauf. Das heißt, es geht hier um Bilanzumsatz und bei uns der Bilanzumsatz enthält eben auch Mediabudget. Nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir mit dem, was da hängen bleibt, das ist ja auch einsehbar, sehr happy sein. Wir sind sehr profitabel und genau, haben seit 2019 bis 2023 8.000 Prozent Wachstum gehabt. Krass, krass. Da müssen wir reinspringen, weil ich glaube, das ist auch cool, dass ihr das so offen und transparent sozusagen spielt. Ich glaube, das ist heute entscheidender denn je, da keine aufgeblasenen Luftschlösser irgendwie zu machen. Ich glaube, bei fast allen bröckelt das immer und umso cooler ist, dass du das auch so offen und ehrlich sozusagen spielst. Was mich interessieren würde, weil am Ende muss man ja sagen, ist egal, ob ihr selbst den Umsatz gemacht habt oder ihr auch für eure Kunden damit shoppen gegangen seid, gehört verdammt viel Vertrauen dazu. Also, dass euch eine Marke irgendwie 1,3 Millionen überlässt und sagt, hier Moritz, macht mal. Da muss ja schon sozusagen relativ viel Vertrauen da sein. Und das wäre auch das, was mich sozusagen interessiert, wie ihr vielleicht in der Vergangenheit diese Lücke geschlossen habt. Also, wie ihr dieses Vertrauen aufgebaut habt. Du hast Empfehlungen sozusagen gesagt. Gab es noch irgendwie andere Sachen? Ist es relativ gängig, dass dann wirklich E-Com-Shops irgendwie ausschreiben und sagen, hey, hast du Lust zu pitchen oder wie sieht der Prozess da aus? Das ist eine sehr schöne Frage, weil das so ein bisschen anknüpft an das, was wir vorhin hatten, wo ich gesagt habe, wir machen nicht unsere Hausaufgaben, wir müssen die Hausaufgaben machen, weil wir haben eine große Verantwortung, erst mal den Zielen unserer Kunden gegenüber und dann natürlich auch dem Geld, was uns überlassen wird, gegenüber. Und ein entscheidender Schlüssel für unser Wachstum, neben der Empfehlung, und das ist auch bis heute unser Leitspruch, ist let's grow together. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn eine Brand heute zu mir kommt und sagt, Moritz, wir haben 10.000 Euro und wir möchten gerne richtig Gas geben, können wir das irgendwie skalieren? Dann bringt es mir nicht, mit dieser Brand zwei Monate lang 10.000 Euro Budget hin und her zu pimmeln. Das ist zu viel Arbeit für kein Outcome. Wir wollen den Case haben, wo wir aus den 10, 50, 100 im Monat machen und die auf siebenstellig bringen, weil das genau dann die Region ist und der Case, wo wir uns super wohlfühlen und wo wir auch liefern können, richtig stark. Das heißt, es ist uns sehr viel daran gelegen, eine Brand von Anfang an profitabel zum Wachsen zu bringen und dementsprechend legen wir da einen starken Fokus drauf. Und genau so ist, glaube ich, auch dieses Vertrauen entstanden, weil wir das natürlich von Anfang an, ohne den Kunden etwas verkaufen zu wollen, so aufgebaut haben, egal wie groß der Kunde war. Wir haben immer versucht, dem Kunden das Gefühl zu geben, dieses Geld ist uns absolut heilig und wir werden alles dafür geben, von Anfang an dieses Maximum an Profitabilität rauszuholen, um dir später zu zeigen, was da wirklich möglich ist, sodass du mehr Geld in den Kanal schiebst, ohne dass wir nach mehr fragen müssen. Und ja, diese Cases haben wir aufgebaut in den verschiedenen Kanälen. Das hat sich natürlich rumgesprochen, weil sich die Großen natürlich auch untereinander austauschen oder dann fragt mal einer den anderen, hey, ich habe gesehen, ihr macht Offline-Marketing, mit wem macht ihr das? Oder ey, ich habe gesehen, ihr seid auf YouTube, wir sind ja die Erfahrungswerte. Dann tauschen die sich aus und dann wird halt mal ein Name gedroppt und dann kriegt man ein Intro. Der Kunde ist vielleicht riesengroß, man startet aber relativ klein, aber die haben natürlich dann die Möglichkeit, wenn wir den Proof haben, dass Dinge laufen und die vor allen Dingen sehen, wie gewissenhaft und datengetrieben wir vorgehen, dann ultra schnell da einen richtigen Pace reinzukriegen. Also die erhöhen die Marketing-Budgets dann richtig saftig und das ist dann das, wo wir uns dann halt richtig gut auskennen. Und genau, so ist das entstanden. Das ist aber auch am Ende auch der Olymp eigentlich als Agentur oder nicht, dass man so guten Job macht, dass man eigentlich unter Kunden so weiterempfohlen wird. Und ich habe das Gefühl, aber das fehlt halt krass im Markt. Also ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind Marketing und Sales beschäftigt als mit der Dienstleistung für ihren Kunden, woran sozusagen liegt das? Ich weiß es nicht, aber was ich halt krass finde, was ich immer wieder beobachte, wo ich mir denke, okay, warum können wir das nicht machen und so, ist halt diese ganzen Case-Studies. Ich meine, Case-Studies liefern krassen Trust. Es wird täglich auf LinkedIn so viel rausgehauen, wie viele Millionen Umsätze gemacht wurden für Brands. Ich meine, wir haben jetzt auch einmal oder so einen Post dazu gemacht. Aber ich frage mich immer, Leute, wir haben so knallharte NDAs mit unseren Kunden. Wir dürfen teilweise aus Marketing-Zweck-Sicht nicht mal sagen, dass wir irgendwie für die zwei, drei Jahre federführend das alles gemacht haben oder immer noch machen. Leute, wie könnt ihr sowas die ganze Zeit raushauen? Ich verstehe das natürlich auf der anderen Seite irgendwie potenzielle Neukunden, dass das krass interessiert. Aber ich finde es halt auch schwierig, das so rauszuballern in Bezug auf Brands. Aber ich denke, darüber generiert man natürlich den Trust. Und heute ist ja sowieso jeder erfolgreich. Ich glaube, man muss immer darauf gucken, wie lange ist man schon am Start? Vor allen Dingen, wie lange arbeitet man schon für Kunden? Und das spricht krass für uns, finde ich, weil unsere Agency-Customer-Lifetime-Value auf einem Kunden sind in der Regel so zwei Jahre. Dann fangen die langsam an, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt mit Ad-Specialists, sage ich mal, die ganzen Kanäle durch. Wir wissen, was funktioniert. Wir kennen, wie vorhin angesprochen, den Sweet-Spot, für den es profitabel ist. Wir wissen, was wir buchen müssen. Dann macht es absolut Sinn, dass sie sagen, okay, wir sparen uns jetzt, keine Ahnung, zwei, dreihunderttausend Agenturkosten und ich setze mir zwei seniorige Vollzeit rein für 120K. Ja, das ist ein No-Brainer, würde ich auch so machen. Nur bis wir das alles durchhaben mit der Penetration, dem Scale, arbeiten wir sehr, sehr lange zusammen und ich finde, das ist eines der schönsten Komplimente, die wir für uns haben können, dass wir mit wenigen Kunden so lange arbeiten und genau das spricht am Ende dann halt auch für den Track-Record und die Referenzen, weil gerade so große binden sich halt eigentlich nicht. Also die buchen mal irgendwie eine Sache bei dir, aber dass sie so lange mit dir arbeiten, da musst du irgendwas richtig machen oder ein gutes Verständnis haben. Da musst du wirklich viel richtig machen. Aber witzig, wie du das sagst, auch mit den Case Studies, das habe ich auch das Gefühl, dass wir auch viele mit unseren Kunden sozusagen NDAs unterschreiben und viele Leute es auch einfach nicht wollen, dass wir das sozusagen teilen. Ich bin immer froh, wenn es ein, zwei Kunden gibt, die sagen, hey, ihr könnt gerne darüber reden oder wir machen ein gemeinsames Interview oder so, weil es natürlich schon einfach auch ein Kicker ist, wenn Leute sehen, mit wem man zusammengearbeitet hat. Aber ich glaube auch ultimativ sozusagen. Interessiert mich ja auch. Interessiert ja jeden dann. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich ein schönes Plädoyer, was du gesagt hast, dass sich am Ende gute Arbeit über viele Jahre immer bezahlt macht, weil der Markt dann doch transparenter ist, als man denkt, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch so klar geworden. Auch bei uns zum Beispiel hat es irgendwann angefangen, dass Interessenten mit Bestandskunden telefoniert haben und die Bestandskunden alle halt super happy waren. Und das war halt ein cooles Gefühl, dass wir gar nicht mehr irgendwie groß was wahnsinnig versprechen mussten oder erzählen mussten, sondern dass das irgendwie so alles hinter den Kulissen schon teilweise passiert ist, weil wir einfach tagtäglich irgendwie gute Arbeit machen. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und dieses Plädoyer ist, glaube ich, so wichtig auch bei dir, den Markt so ein bisschen zu zeigen, vielleicht ein bisschen weniger YouTube-Videos bei dem einen oder anderen rausknallen und ein bisschen mehr eine Stunde in die Zusammenarbeit mit den Kunden stecken, dass das häufig einen viel größeren Hebel hat. Beides ist gut. Und ich bewundere das ja auch. Also mich inspiriert das ja auch, wie andere Leute das machen und aufbauen. Und ich finde es auch absolut richtig. Und das ist auch definitiv ein Weg, den wir einschlagen wollen, da auch mehr zu zeigen, weil einfach Leuten das wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt auch Leute, die uns fragen oder Kunden, die uns fragen, kann ich mal mit dem und dem Kunden von dir sprechen, wenn die den irgendwie selber nicht auf LinkedIn erreichen? So, da denkst du dir immer, okay, vertraust du mir jetzt nicht? Ich kann euch jetzt nicht mit meinem Kunden connecten, dass ihr euch über mich austauscht. Das ist ein bisschen weird, aber sowas gibt es ja auch. Die Leute haben ein krasses Verlangen danach, wirklich zu verstehen, erzählst du mir jetzt gerade die Wahrheit? Kann ich dir vertrauen? Hast du diese Expertise wirklich oder nicht? Und ich glaube, das kann man sehr gut mit Content Marketing regeln, dass du eben das untermauerst, was du da, was du zeigst und was für eine Arbeit du machst? Hey, bin ich vollkommen bei dir. Also das ist auch, glaube ich, dass da eine Konkurrenz irgendwie entstehen muss, aber trotzdem die Leute immer noch eine krasse Skepsis haben. Also das muss man wirklich sagen. Keine Ahnung, wenn ich sehe, dass jemand drei, vier YouTube-Videos von mir gesehen hat, dann ist diese Skepsis meistens weg. Wenn ich dann irgendwie ein Gespräch oder so führe, sind die meisten Leute auch manchmal noch so verwundert. Hey, Robert, du bist ja wie in den Videos. Und ich bin immer so, wie sollte ich nicht für die Videos sein? Das wäre irgendwie voll anstrengend. Wirklich so. Wirklich jetzt, ja, keine Ahnung, ziehe ich mir danach einen Anzug an und bin ein ganz anderer Mensch in der Offline-Welt. Aber die Leute haben, glaube ich, ich glaube einfach, weil viele Leute eine Maske im Internet aufsetzen, sind halt viele Leute einfach super skeptisch. Ich habe das nie irgendwie groß erlebt, sozusagen. Und insofern ist das sehr natürlich. Aber es ist eine perfekte Überleitung, Moritz, eigentlich. Warum mit LinkedIn gestartet? Warum Podcast gestartet? Warum diese Offensive gemacht? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, hey, wir machen hinter den Kulissen irgendwie einen guten Job, aber kein Arsch kennt uns so richtig? Oder was war da so der Schlüsselmoment? Tatsächlich auch hier Real Talk. Wir hatten eine Phase, Ende 2022, wo im E-Commerce alles auf Effizienz gegangen ist, weil die Profitabilität aufgrund der Marktphase einfach runtergegangen ist. Und wie ich gesagt habe, hatten wir sehr wenige Kunden, die sehr viel Geld bei uns ausgegeben haben. Das heißt, dementsprechend hatten wir natürlich auch eine große Abhängigkeit zu Kunden. Und da ist es tatsächlich passiert, dass uns ein, zwei größere Accounts weggebrochen sind, weil genau das passiert ist, nach diesen zwei, drei Jahren der Zusammenarbeit, dass sie sich das dann in-house geholt haben, gerade in so einer Phase, strategisch. Und das hat uns Gott sei Dank noch nicht das Genick gebrochen, aber es war ein kranker Warnschuss für uns, wo wir gesagt haben, wenn das jetzt nochmal passiert und wir die zwei Dinger, und da reden wir über 5, 6 Millionen Euro, die uns da weggeballert sind, also fast Hälfte vom Umsatz, wo wir gesagt haben, wenn das jetzt nochmal passiert, dann wird es ungemütlich. Dann wird es richtig ungemütlich. Dann haben wir zwar Substanz, weil wir immer darauf geachtet haben, ein gesundes Business aufzubauen, aber in die Situation wollen wir wirklich nicht kommen. Und dann war halt die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wir haben so geile Referenzen, wir liefern so gute Arbeit und kein Schwanz kennt uns, ganz genau. Und was machen wir jetzt? Das ist so witzig, weil du das sagst, weil ich habe immer, das ist so diese erste Evolutionsstufe, wo die Leute immer als erstes so sind, Robert, ich mache richtig gute Arbeit, habe die krassesten Case Studies irgendwie. Meine Kunden sind super happy, aber trotzdem meldet sich keiner bei uns. Und ich bin immer so, ja, aber das hat sich doch schon irgendwie rumgesprochen, dass das nur 50% Ergleichung sind. Also, dass man schon 50% auch darüber reden muss, was man da tut. Echt? Erzähl weiter. Perfekt, Moritz. Ja, und keiner kannte uns tatsächlich. Also haben wir uns überlegt, wie ändern wir das? Und wie wir es genauso für unsere Kunden auch machen, was sind jetzt die besten Maßnahmen, um das anzugehen? Und genau, da bin ich dann auf LinkedIn aufmerksam geworden. Ich hatte, ich muss wirklich sagen, eine krasse Hemmschwelle, damit zu starten, selber was zu schreiben. Ich habe immer gedacht, ich habe selber... Was sind da so für Storys sozusagen hochgekommen? Gar nichts zu erzählen. Ich denke, ich habe immer gesagt, was sollen wir denn erzählen? Wir können doch sowieso eigentlich wegen unseren NDAs über Sachen gar nichts, gar nichts groß berichten. Wie interessiert das denn? Ich habe jetzt hier 500 Leute in meinem Netzwerk, wie peinlich. Und irgendwann haben wir uns damit dann beschäftigt. Ich war ein bisschen auf LinkedIn, habe dann mir ein paar Sachen reingezogen und bin in Kontakt gekommen mit ein paar Leuten. Leuten, zum Beispiel hier WeGoBeyond, die uns betreuen seit Anfang an. Die haben mich komplett abgeholt mit ihrem Drive. Ich habe mich da so ein bisschen selber gesehen vor den paar Jahren, wie ich angefangen habe. Die waren richtig hungrig und die hatten Bock, uns da zu supporten. Wir haben erste Tests gemacht und diese Schwelle überwunden. Und ab dem Zeitpunkt sind wir das Ding dann angegangen. Und was ich halt geil finde, und das passt wieder so gut auch zu uns als Business, ist, dass wir LinkedIn auch sehr analytisch und strategisch betrachten. Bedeutet, wir gucken uns stark die Zahlen an, wir gucken uns den Content an, wir challengen die Art und Weise, wann wir wie was machen. Was es für ein Outcome hat und so weiter. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das kann man dort super machen. Und wenn man überlegt, was für eine Reichweite man generieren kann für das Geld, was man investiert mit dem Dienstleister, dann ist das auch mega. Man muss natürlich sagen, ich habe dann sehr schnell Gefallen daran gefunden und ich habe gemerkt, aus mir sprudelt es heraus. Zu viele Themen. Wirklich zu viele Themen. Also das ist tatsächlich so. Mein Part bei uns in der Firma ist ja dieses ganze Thema Business Development gewesen. Das heißt, ich habe die ganzen Kanäle aufgebaut, den Business diversifiziert, die neuen Kunden aufgebaut und so weiter. Und wo dort nochmal eine andere Position betreut, auch Kunden, aber einen anderen Fokus. Und ich habe einfach für mich gemerkt, okay, das ist jetzt hier gerade voll mein Ding. Ich merke, okay, ich blühe richtig auf, viele Themen, viel zu erzählen. Und da hat es richtig angefangen, Spaß zu machen. Und dann kamen auch die ersten Erfolge. Hier, keine Ahnung, 20.000 Impressions auf sieben Tage. Posts, die gut gelaufen sind. Und was wir krass gemerkt haben, wir haben es jetzt nicht direkt an Sales gemessen, weil die kamen relativ spät, aber die kamen irgendwann. Sondern wir haben es, und das war auch gar nicht die Intention von Anfang an. Wir wollten gar nicht am Anfang direkt da Direct Response haben für das Geld. Sondern es war uns klar, wir investieren jetzt mittel- bis langfristig in unsere Sichtbarkeit. und wir haben sauschnell gemerkt, dass die Leute von außen, Partner, Kunden, Agenturen, auch aus anderen Märkten, dass sie gesagt haben, boah, geil, was ihr hier macht, richtig cooler Content. Und wir haben von außen den Zuspruch bekommen, dass wir gesehen werden. Wir sind relativ schnell dann in kurzer Zeit auch in dieser ganzen LinkedIn-Bubble, Agency-Bubble, haben wir uns super connecten können. Und das war für uns so dieser Proof, ey, der Impact, jetzt mal abseits von Sales, aber so krass für unser Business, für die Sichtbarkeit, dass daraus eigentlich nur No-Brainer-mäßig Sales resultieren werden, wenn wir es strategisch richtig angehen. Und genau das ist bis heute passiert. Und dann waren halt die nächsten logischen Schritte zu sagen, okay, was sind andere Content-Marketing-Kanäle, die wir hinzunehmen können, die auf unsere Positionierung vor allen Dingen einzahlen. Und da war halt dann der Podcast so ein kleines Herzensprojekt, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen mit coolen Leuten sprechen. Wir wollen nicht nur über unsere Kundencase sprechen, sondern wir wollen Brand-Owner erzählen, lassen, wie sie vielleicht gewisse Challenges mit denen umgegangen sind, wie sie stark gewachsen sind, was für Kanäle sie betreuen, um eben zu inspirieren. Also alles rund um das Thema Inspiration, Content, Education und ja, deswegen der Podcast. Und als nächstes steht bei uns auf jeden Fall auch das Thema YouTube an, da mehr zu educaten, Partnerships, jetzt zum Beispiel mit der OMR, wo wir die Reports gemacht haben und so weiter. Einfach, geil. Und ich muss sagen, es macht mir richtig Bock und es ist auch kein, kein Pain mehr. So, man ist da, man ist da halt reingekommen. Ich glaube auch, man muss so diese anfängliche Hürde irgendwie nehmen. Ich weiß auch, wir haben ganz viele Agenturgründer, witzigerweise, die auch mit uns starten und die alle lieber irgendwie Kaltakquise den ganzen Tag machen würden, bevor sie den ersten persönlichen Post auf LinkedIn machen. Und ich bin immer so, wie würde man lieber eine Kaltakquise machen, als einfach einen guten LinkedIn Post? Und das ist so witzig, weil das irgendwie so ein Umschiften ist und wir auch so coole Case Studies hinter den Kulissen irgendwie aufgebaut haben, wo wirklich so super skeptische auch E-Com-Agenturgründer wirklich so mit Content gestartet sind, wir ihnen halt ein bisschen erklären mussten, was so die Sales Cycles auch sind, wann man die ersten Termine erwarten kann und sowas alles und heute alle super happy sind und irgendwie sagen, ey Robert, danke, dass du mir dieses Content-Thema irgendwie verkauft hast. Ich hätte niemals damit angefangen. Ich sehe von dir auch hier Ads und sowas, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst, aber die ich auch echt cool finde. Das geht ja auch schon dann in diese Richtung und ja, also einfach mega gut. Ja. Ey, was würdest du denn sagen, Moritz, ich habe das Gefühl, also ihr habt irgendwie eure Hausaufgabe gemacht, bei LinkedIn zu landen, zwischen allen Kanälen. Ihr habt irgendwie sehr gut eure Hausaufgaben gemacht, ein Deep-Content sozusagen, Format noch dazu zu nehmen mit dem Podcast. Das empfehlen wir auch immer allen unseren Bestandskunden, weil wie gesagt, bei LinkedIn kriegst du, ja, kriegst du Aufmerksamkeit, aber Vertrauen ist unglaublich schwierig, weil du einfach keine tiefen Formate sozusagen hast. Was würdest du denn anderen Agenturengründern sagen, die irgendwie noch überlegen, soll ich mit LinkedIn starten, mit Content oder nicht? Weil so viele da draußen, also gerade die Tage, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der irgendwie Geschäftsführer im Software-Bereich als Zielgruppe hatte und meinte, ja, ich habe in den letzten Jahren eigentlich YouTube und Instagram gemacht, aber LinkedIn, warum sollte ich damit starten? Und ich so, wie könntest du nicht auf LinkedIn sein? Also wie könntest du YouTube und Instagram machen? Was würdest du den Leuten sagen, so rückblinken? Weil jetzt sieht das ja alles so straight aus, aber auch aus deiner Sicht dieses Skepsis und so, und warum sollte man damit irgendwie loslegen? Ein paar Sachen hast du eben schon gesagt, ja. Ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall auf Erfahrungswerte, wie wir es ja auch empfehlen, auf Erfahrungswerte anderer sich verlassen. Natürlich irgendwie mit dem, sollte derjenige gegenüber irgendwie einen gewissen Proof oder Track Record oder sowas haben, damit man dem Ganzen vertraut. Bei der Agentur, mit der wir gestartet sind, die waren ganz am Anfang, aber da haben mich einfach andere Dinge komplett abgeholt, die für mich wichtig waren, wo einfach die DNA gematcht hat. Und was wir nicht bereut haben. Ansonsten, ich kann nur sagen, mein erster LinkedIn-Post, ich dachte, ich saß morgens im Auto zur Arbeit, die Sonne hat geschienen und ich dachte mir, heute mache ich meinen ersten LinkedIn-Post, den mache ich ganz allein. Die Planeten stehen richtig. Ohne Scheiß, dann habe ich den Post rausgehauen morgens im Office. Das war der erste Post, 8000 Prozent Wachstum in vier Jahren, also auch ein schöner Brecher, der ist total gut gelaufen. Ich habe davor, keine Ahnung, drei Monate gar nichts gepostet, drei Jahre gar nichts gepostet. Super gelaufen. Ich dachte mir, ich bin der Allergrößte, wir gehen es jetzt an und dann hat die Kontinuität reingekickt und ich mir dachte, Scheiß, was ist denn jetzt der zweite Post? Was ist denn der dritte? Und ich habe schon keinen Bock mehr. Das ist schon meine beste Story verbraten, ey. Und ich habe schon keinen Bock mehr, mich im Tagesgeschäft damit zu befassen. Und dann wusste ich halt ganz klar, ey, ich brauche da Hilfe, wir wollen das angehen, ich möchte einen kompetenten Dienstleister haben und meine Empfehlung wäre tatsächlich, sucht euch einen kompetenten Dienstleister, mit dem ihr das macht, mit dem ihr vibet, weil Content, da muss man einfach gut miteinander viben, was die Themen angeht, was auch, du hast ja auch selber die Erwartung, dass dein Gegenüber, der für dich schreibt oder das Verständnis für dich entwickelt, für dich als Typ, dass die Leute das nicht merken. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen, weil ich habe eine sehr aktivierende und auch eine sehr, sehr eigene Art zu kommunizieren und ich schreibe auch gerne. Und das war für mich so, diese größte Hürde zu sagen, okay, kriegt das jemand anderes so gut hin wie ich? Und deswegen Erfahrungswerte, sucht euch einen guten Partner, weil das Thema ist nichts von nach, das ist zeitintensiv und es ist ein Long-Term-Game und das wollt ihr nicht alleine machen, weil ihr werdet irgendwann, irgendwann wahrscheinlich aufhören oder demotiviert seid, wenn ihr keine Guidance habt in Bezug auf, was die Strategie, was die Positionierung, wie sieht das analytische aus, wie kann ich das alles deuten, wann kommt vielleicht mal ein Sales, was sind die Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um vielleicht aktiv Sales zu generieren und so weiter und so fort. Also hätte ich niemals alleine machen können. Ja, das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Also wir haben witzigerweise beide Situationen, dass Leute von einer Content-Agentur oder vom Copywriter zu uns kommen und merken, hey, wir wollen das gerne in-house sozusagen aufbauen, weil wir das auch meistens sozusagen machen, wenn wir mit den Gründern zusammenarbeiten, die Kompetenz auch in-house aufzubauen, weil wir auch gesehen haben, dass man ein, zwei Leute im Team braucht, genau, die für den Content sozusagen einen guten Job machen oder auch Leute, die wirklich gesagt haben, hey, ich will einmal ein sauberes Setup mit euch machen und dann suche ich mir einen Copywriter oder eine Agentur, die den Content weiterhin sozusagen macht. Beide Szenarien sind, glaube ich, wichtig. Aber ich habe das Gefühl, wie du gesagt hast, man braucht da jemanden an der Seite, der wirklich einen guten Job macht und das, was wir in den letzten Jahren sozusagen beobachtet haben und ich glaube, das ist bei euch sozusagen, bei auch der Ticketgröße und der Anzahl an Kunden nicht so das große Problem, dass immer diese klassische Online-Marketing-Formel bei mir halt nachgeheilt hat, Aufmerksamkeit mal Konvertierung gleich Leads und Kunden. Und für mich ist Content sozusagen halt eher ein Reichweiten-Tool. Du kriegst Aufmerksamkeit und die Leute gucken. Und das ist halt das Coole, dass wir in den letzten Jahren tief auch in die Welt von Sales-Funnels, B2B-Funnels eingetaucht sind. Ich glaube, unser Steckenpferd heute sind irgendwie Webinare und Vorträge. Und das Coole ist, Machen wir noch gar nicht, by the way. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, und das machen wir. Ja, zum Beispiel jetzt mit Kunden einmal pro Monat einen Workshop, mit irgendwie, ich weiß nicht, bei euch wären es auf jeden Fall nicht viele Entscheider, vielleicht auch sogar einzelne, einzelne Projektpartner auf der anderen Seite. Und dass darüber dann die Conversion plötzlich kommt. Also wir haben viele Cases, wo man dann als Agentur zehn Leute einlädt, zum gesammelten Workshop, einmal pro Monat, einen guten Job für die macht. Und daraus zwei bis drei Anfragen kommen und auch die sozusagen, die Kundenzusammenarbeiten entstehen. Und das ist halt so ein No-Brainer-Case auch bei uns geworden, wo ich gemerkt habe, hey, wir müssen nicht nur einen guten Job auf der Content-Seite machen, sondern wir müssen unseren Kunden auch zeigen, wie sie die Leute konvertiert bekommen. Und das funktioniert halt in einem Workshop zum Beispiel viel, viel einfacher, wenn man weiß, wie man den sozusagen baut, weil das ist die Reise, die ich auch vor ein paar Jahren angetreten habe, dass ich viele Vorträge, viele Workshops gehalten habe, wo die Leute gesagt haben, hey Robert, jetzt habe ich alles, was ich brauche und mache es selber. Und viele Lernschritte lernen musste, wie man auch sowas aufbaut, dass die Leute dann am Ende sagen, ja okay, ich würde das jetzt gerne mit euch machen. Und das ist halt ein cooles Tandem, worauf wir auch in den letzten Monaten werden wir uns immer mehr spezialisiert haben und auch coole sozusagen verlaufen. Da hast du halt messbare Ergebnisse. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn du jemandem messbare Ergebnisse lieferst zu der KPI, die sie brauchen, warum sollten die Kosten hinterfragen? Voll. Voll. Und das ist aber so witzig, weil ich wirklich, keine Ahnung, ich habe vor sieben Jahren oder so die ersten Bücher von Russell Brunson irgendwie gelesen von ClickFunnels, habe nur Bahnhof verstanden und habe seitdem fast jeden Monat alle zwei Wochen ein Training gehalten vor warmen Leuten, vor kalten Leuten und wirklich auch jahrelang, ohne dass jemals ein Abschluss entstanden ist, jemals das ohne eine Anfrage entstanden ist und jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre später zu merken, dass es halt eine Kompetenz ist, die man Leuten auch beibringen kann. Das ist halt so schön zu sehen, weil ich das Gefühl habe, dass so der letzte Baustein der vielen auch bei LinkedIn einfach fehlt, weil jede Woche höre ich Leute, Robert, wir pumpen seit Monaten LinkedIn-Content rein und einer hat das letzte Woche so geil gesagt, ich habe das Gefühl, wir machen Social Media, aber so mit Lead-Generierung hat das nichts zu tun. Und ich so, ja, aber es ist ja schon mal cool, dass ihr Content habt und dass ihr auch Reichweite zumindest bekommt und jetzt fehlt eigentlich nur noch dieser Konvertierungspart, um sozusagen das Vertrauen und die Aufmerksamkeit, die sie aufgebaut haben, zu konvertieren und das ist halt eine coole Ergänzung dann auch als Angebot. Man muss auch dazu sagen, ich finde, wir machen jetzt zum Beispiel keinen krassen Conversion-Content, dass wir irgendwie immer wieder versuchen, die Leute zu ziehen, zu ziehen, also wirklich zero, ganz, ganz selten, machen wir das mal, testen wir das mal an, aber ansonsten finde ich diesen Satz ganz schön, give until they ask und damit fahren wir sehr, sehr schön, aber ich, sehr, sehr gut, aber ich bin 100% bei dir, es braucht eigentlich, es ist eigentlich total dumm, wenn man es nicht macht, eine klare Conversion-Strategie und irgendwie so ein Funnel-Denken und sowas und für viele Leute ist es natürlich auch wichtig, wenn ich X ausgebe, möchte ich Y-Return haben und das sind wir halt von Anfang an ein bisschen anders angegangen, entgegengesetzt unserer Art tatsächlich für Kunden zu arbeiten, aber ja, das hat von auch gut funktioniert. Aber sind auch meistens Evolutionsstufen, muss man sagen. Ja, entwickelt sich. Erstmal in diesem Content-Spiel anzukommen, ich weiß auch, keine Ahnung, dadurch, dass so Conversion-Content immer so ein bisschen Bauchkribbeln erzeugt, als ich die ersten gemacht habe, war ich auch so, ey, zerfetzen mich die Leute in den Kommentaren oder freuen die sich darüber? Und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, füllen wir Live-Webinare, also wir haben es noch weiter getrieben, sozusagen haben so ein Vortrags-Funnel, wo ich einfach ein Training halte, haben 200 bis 500 Anmeldungen pro Monat darüber. Ich würde sagen, 50% über Links stehen, die anderen 50% über den Newslettern. Das zeigt mir dann immer die Power von so einer Handvoll von LinkedIn-Posts, wie viel Power dahinter ist, weil man immer nur die Likes und die Kommentare sieht, aber man sieht halt nicht die Leute, die einfach nur auf den Link klicken und sich dann anmelden. Und ich gucke dann in die Zahlen und denke mir so, holy shit, ey, ich bin ja nicht in einem, keine Ahnung, Meditationsmarkt oder so, sondern ich bin ja im B2B-Bereich, ja, da sitzen Gründer und Geschäftsführer und da kriege ich 200 bis 250, teilweise 400 Leute bei so einer Veranstaltung zusammen. Holy shit. Und das, insofern bin ich auch immer super begeistert. stillen Leser vor allen Dingen auch nicht zu vernachlässigen, merken wir immer wieder, sprechen uns Leute an, schreiben uns Leute, wo wir denken, ey, noch nie irgendwie von dem ein Like oder ein Engagement bekommen und wir wissen einfach, okay, krass, es wirkt, wir sind, auch wenn wir es nicht sehen, aber wir wissen, es wirkt und es ist einfach schön zu sehen. Zwei Sachen interessieren mich. Stay hungry. Freut mich. Ja, der ist gut. Freut mich. Zwei Sachen interessieren mich. Zum einen sozusagen, wie du über mich gestolpert bist. Würde mich interessieren, ob es am Ende die LinkedIn-Bubble war und dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich brauche. Ja. Ja, LinkedIn tatsächlich. Echt? Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, aber ich weiß das. Ja. Auf jeden Fall LinkedIn. Ja, voll gut. Und dann irgendwie in meinen Kosmos, in meine Welt gekommen, vielleicht mal eine Podcast-Folge gehört und weiterverfolgt. Das tatsächlich erst später, also über den LinkedIn-Content dann einfach nur ein paar Sachen, ein paar mehr Sachen gesehen, wir haben auch mal gequatscht zwischenzeitlich. Ja. Zum Thema Funnel und Co. Und genau so, dann glaube ich, du bist ein bisschen bei mir engaged, ich ein bisschen bei dir und so ein bisschen einfach mitgelesen, bis wir, glaube ich, jetzt vor kurzem geschrieben hatten wegen des Podcasts, ob es nicht Sinn macht. Wir haben was Cooles zu erzählen, zu quatschen. Und ja, das war so unsere Journey bisher. Ich hoffe, dass das gelungen ist heute, umso schöner diese Sachen sozusagen aus dir rausgekitzelt bekommen zu haben. Was mich final interessieren würde, Moritz, wo geht die Reise bei euch hin? Was ist das große Ziel? Was ist der nächste große Meilenstein? Würde mich interessieren. Ja, das ist tatsächlich, deswegen bin ich auf dieses Stay Hungry angegangen, weil wir sind nach wie vor sehr hungrig. Wir sehen, wie gesagt, die Möglichkeit, uns als Growth Agentur sehr unik zu positionieren und glauben, dass wir sehr vielen Ecom-Brands noch sehr viel Value mitgeben können mit der Art und Weise, wie wir Marketing machen. Das heißt, der Plan ist auf jeden Fall, das weiter voranzutreiben mit verschiedenen Maßnahmen. Und es geht uns aber nicht primär, jetzt sage ich mal, um Unternehmenswachstum und um das Monetäre. Klingt jetzt erstmal komisch, aber unsere letzten vier Jahre waren wirklich sehr, sehr, sehr stark. und wir wollen uns jetzt eher darauf fokussieren, weil wir auch diese Ups und Downs hatten und diese Schnelligkeit da drin, dass wir sagen, hey, ich bin jetzt Mitte 30, ich bin Papa, ich habe super Bock auf das, was wir machen. Wir haben eine geile Agency hier aufgebaut. Wir wollen langfristig, slow but steady, uns weiter dahin positionieren, wo wir uns hin positionieren wollen und da auch bleiben die nächsten Jahre. Und das ist eine sehr reife, glaube ich, neue Strategie, die wir fahren und ja, wo wir so ein bisschen natürlich den Pace beibehalten wollen, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, gezielt mit den richtigen Marken arbeiten, coole Cases aufbauen, langfristig etabliert bleiben und einfach hungrig bleiben und dann schauen, was passiert. Hätten wir gedacht vor vier Jahren, dass das passiert, was passiert? Never ever. Wahrscheinlich nicht, ne? Und genauso ist es jetzt auch. Wir versuchen mit 200% Commitment unseren bestmöglichen Job zu machen für uns selber, auf unseren Kunden und sind sehr hyped darauf zu sehen, was passiert. Ja, cool. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Das hast du sehr schön gemacht. Weil witzigerweise, ich habe genau die gleichen Worte gewählt, auch Mitte 30 irgendwie. Ich mache das, was wir machen, schon sehr lange und merke einfach in den letzten Jahren unglaublich viel Freude an der Arbeit einfach entwickelt. Ich würde auch sagen, dann folgt auch das Finanzielle etc. Aber heute drehen sich meine Gedanken darüber eher so, wie kann ich das, was wir tun, noch besser machen? Wie kann ich unseren Kunden noch besser helfen bei dem, was sie sozusagen an Herausforderungen haben? Und das soll irgendwie Spaß machen. Und ja, ich will auch mit meinem Unternehmen weiter wachsen, aber nicht auf irgendwie Brechstange, sondern einfach eine coole Zeit haben und mit coolen Kunden gemeinsam irgendwie wachsen. Witzig. Vielleicht ist das sowas, was mit Mitte 30 kommt, dass dann eine gewisse Reife einsetzt. Das kann sein. Aber ich finde halt auch, man merkt halt auch, was es einen kostet, so in der Geschwindigkeit sowas aufzubauen. Ich liebe nach wie vor die Challenge. Also ohne kann ich auch nicht. Ich habe letztens mit Bodo gesprochen. Du kannst uns wirklich alles nehmen, was wir Materielles aufgebaut haben. Wenn du uns morgen unseren Alltag nimmst in der Agentur, das, was wir täglich machen, wofür wir brennen, das wäre das Schlimmste ever. Wenn ich morgen mich hinsetzen müsste und keine Ahnung auf meine Uhr oder mein Konto gucken müsste, das wäre furchtbar. Also das, was uns antreibt, ist die Arbeit, ist das Feuer dahinter. Und nur mit dem Reiferen, mit der Reflexion zu sagen, es hat uns auch viel gekostet, dahin zu kommen. Und wir wollen es jetzt ein bisschen in gesündere, stabilere Bahnen lenken, die wir, ja, womit wir ein bisschen, sag ich mal, unser künftiges Leben ein bisschen besser gestalten können. Ein schöner Appell. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, das Interview. Ich kann mir vorstellen, dass Leute die Interesse haben, mehr zu dir erfahren, einfach bei LinkedIn schreiben. Wahrscheinlich der beste Kanal, oder? Auf jeden Fall LinkedIn. Fragt gerne auf LinkedIn. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, fragt gerne. Sales gibt es bei uns nicht. Aber ja, wir freuen uns. Wir freuen uns immer, uns auszutauschen. Hab mich sehr gefreut, Robert. Danke für die Möglichkeit. Wenn dir das Interview mit Moritz gefallen hat, dann sieh dir als nächstes am besten das Interview mit Karl Weiche an, der es geschafft hat, mit seiner Agentur von 0 auf 5 Millionen in wenigen Jahren zu wachsen. Ich hab das Gefühl, das ist die perfekte Ergänzung zu dem Interview von Moritz. Und insofern spring direkt in das Interview mit Karl. Wir sehen uns dort. Då führ 수iiiii. ausgerüstetst, Vielen Dank.